was ich mal eben machen will ich lass mal so eine leiche liegen dann kommen nämlich fliegen ja direkt neben dodo haben wir eine direkt neben space direkt daneben ja geht aber leider nicht aber dieses mal haben wir nicht das problem dass wir nicht an sap rankommen ja dann lass uns mal irgendwas kennen die gleiche liegen lassen dann kommen nämlich haben wir auch schon gerade eben gedacht dass ich den vielleicht mal was rein tun sollte noch mal nachkontrollieren frisst aber auch schon ganz gut ich sollte selber auch glaube ich mal was fressen ich habe ja so viel über der tasche wo ist es viel habe ich zwölf und ein bisschen was an der cortex möchtest du ein paar pfeile haben da ich kann noch ein bisschen was herrscht und das problem ist nur meine meine armbrust ist ziemlich ja ist meine auch hälfte an der meines unterhälfte also mal gucken dann möchte ich glaube ich mal ein 60 narko habe ich noch nicht da ich hatte über 100 pfeile dabei ist es gut kraft die neue sind ist kein großes ding möchte von mir ein paar bezweifungsteile abhauen ach denkst du bist ja da wir haben bitte besuchen wenn es nötig ist ich muss erst mal das baby baby castro reudes hier in die in die base wenn ihr mitkommen sollt dann beeilt euch aber sicher können wir jetzt eine halbe wahl bekomme ich der hirsch der hat die mal eben platt gemacht wie wir habt ihr jetzt schon gesammelt an 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 zeugs hier was auch immer ein zeugs ist passte 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 aber was noch nicht so viel aber durch die ganzen habe über 400 7 schicken wo auch schon zu viel krass ich weiß nicht wo du wohnst hier dann bring mal irgendwelche ressourcen mit irgendwas nur zu zeigen brauchen irgendwann irgendwie einfach nur die holz mit warum ist das so lecky bei mir ich schneide das nicht hast du wie sind seine grafikeinstellungen die ein bisschen runterstellen leute kommen stream will jemanden die und die groß zähmen ich habe gerade zwei genau bei mir in der base 245 45 145 keine keine zehn pfeile was ihr beiden mitnehmen könntet werden zwei zwei oder mehr frostsättel dann kommen wir gleich wenn wir welche gezähmt haben können wir gleich weitermachen und ein bisschen was anpasst du fahren ok ping noch mal ganz kurz ich glaube ich muss die puki einfach ich muss die ganzen tiere hier die ihr gezähmt hat weg machen das weg das jetzt mitbekommen was ich gesagt habe ja immer du weißt doch wir hören immer so halb zu können immer nur einem zuhören ist frage an alle außer kümchen die mitspielen was ist die spezielle fähigkeit von fröschen zementikpaste fahren richtig wenn ihr sättel von den fröschen mitbringen können wird welche zähmen und dann können wir gleich weitermachen das war noch die idee gerade von mir eben dass ich komme und frösche zähmen ja aber deswegen seid ihr sattel mitbringen ja aber ich muss ja weiß noch zu bau ja ich bin nur kurz was zeigen wir können das auch ein anderer mann machen ich geh zu bau ich wollte die mordzeigen wo uns du haben die mott nur für die steinbäse zeigen die wir haben hallo kommen sie rein mit ihr mit ihr und auch wir haben ja die mord rp storage ach ja holz drin ist dann ist auch holz wenn ich raus nehme geht auch holz weg und das coolste ist guck mal ich habe hier ganz viele kann ich doch noch was kann ich was einlegen deposit ding hier drauf drücken ja genau jetzt ist dein stuff da drin ach scheiße du hast ein pilz mitgebracht ich habe ich habe an die pilze hatte ich nicht mitgebracht doch auch aber ich hatte was mit meinem tier gelassen muss das nicht dass ich das jetzt intus haben muss für ein pilz habe ich jetzt nichts mit nichts dabei ja vielleicht geht das das ist mein feld schrank und wenn du jetzt die sachen hier dann kann ich hier machen das ist mein pilz regal jetzt halt mal hier gedrückt und nach oben distribut habe ich gemacht jetzt ist mein pilz hier drin hat das automatisch sortiert das wollte ich damit zeigen dass du automatisch hier drin hier ist pelz sieht man auch guck mal da ist es ist das pelz hier drin ich habe mein zimmer gefunden das reicht man kann das auch irgendwie mit strom noch irgendwie befeuern also an strom und dann ist es auf dem kühlschrank richtig was ist gebaut hier das ist alles was ich geboren ist auch ein schön ausblick hier ja oder das wollte ich nur zeigen soll ich kann mit was machen wir egal ich habe was für dich also ich kann zettel kraften wäre so was wieviel und mal hier die ganzen tiere weg machen hier auf mein hau haut einfach ab ich brauche mal drei drei stück hast du die zementik passt daher ich habe nicht darauf gehabt was du willst du hier dein zeug auch schon mal rein denken dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun ist der haufen hier sind wir sowieso übermorgen noch hier das geht alles nicht so schnell auch schon groß groß gebäßelt es ist doch bloß ein bisschen künstler schöne weitsicht ich habe mir weiß nicht in dem ich in dem ich meine plattform endlich habe dann kann ich dann sehe ich was an den hörsch nicht das müssen hat ihm jetzt den den sattel schon erlernt oder noch nicht und ich habe drei sattel gekraftet was so gut ich habe ich habe den sattel auch schon du bist in meiner becherche ist hier ok bhlse bufo den brauchst du jetzt nicht auch noch lernen menschen nein nein alles gut ich mach nix doch 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 jetzt habe ich alles ich habe ganz wieder rally points gesetzt weil ich das ping nicht mehr da ist das damit ihr wisst wo wir sind 2100 meter seid ihr da hinten es kann immer nur einen rally point geben ich habe hier neun gemacht okay hier sind noch mal neun damit ihr wissen 2000 meter wir kommen zu euch holen euch ab damit wir zusammen frische themen gehen weil wir direkt neben dem sumpf sind ja aber das musst du machen weil es in 2000 meter wie komme ich 2000 meter da hinten hin du gehst zu den flößen so wie wir nimmst dir den fluss nimmst den fluss so wie wir das meer so wie wir und du kommst hier zu uns ne ich brauche das scheiß boot jetzt fliegt wir fliegen jetzt mit dem mit dem zeppelin jetzt hier das mache ich nicht hexe dankeschön ich 2000 meter im wolf oder warten mit dem fluss also meine junge dame ja kim wenn die pau ruft dann gehe ich doch mal dahin und dann musst du warten dann bist du dann eben nummer zwei wie viel betäubungspfeile habe jetzt hier in das boot eigentlich wo ist kims base eigentlich das ist 20 keine ausdauer kim hast du das boot eingepackt das boot ist in seinem dock du musst fliegen warte ich muss erstmal hoch mit deinem eigenen jahr war da ich finde ich habe keine kloport würde ich gerade sagen pack mal lieber ein du musst du musst fahren weil wenn ich fahre leckt das total das ist nicht schön ich fahre oh gott das wird jetzt ja das wird wird schlimm warte bis pau kommt ja hier ist noch so ein dreifach lot auf den wippo noch warten ich würde den blue sky nicht da oben drauf stehen lassen ein baum eine kante ist der feld herunter und dann liegt liegt der wasser dann springst du hinterher und dann seid ihr beide tot fliegt los ich komme hinterher geflogen ja der folgt mir jetzt so ja das glaube ich besser pack die sachen ein ja okay warte wie geht man wie geht man hoch du hast es aber dabei ja was habe ich dabei ist nicht so lustig dahin ankommen bei 2000 meter und dann ja die setzler habe ich vergessen das wirklich kreis zurück die vögel fand das lustig gelacht im hintergrund habt ihr nicht hunger leute ich habe einmal gegessen aber dann das also ich esse ich muss gar nicht ich meine es kultur ist das morgens ich gehe nicht aus dem haus oder was zu essen dann kann ich gar nicht mittags esse ich dann dann um drei uhr zwischen drei und vier es sich noch mal weil ich muss immer was noch was so das heißt in italien immer so ein spuntino spuntino ist was wie so ein snack und dann abendessen und nach dem abendessen es sich dann meistens noch mal irgendwie war es wie so zum beispiel so ein eis so was kleines da oben fliegt ja das ist meine esskultur jeden tag und aber ich muss ganz ehrlich sagen letzte zeit weil ich ganz viel hunger habe letzte keine ahnung warum er sich dann noch immer irgendwie beim wenn ich abends ins bett gehe oder sowas buch lese oder sowas mampfe ich dann noch ein brötchen ich habe ich mir rausgefliegen ausgeflogen aus dem spiel genau über der über dem ding jetzt hier ja das ist einfach einfach fahren ich bin hier drauf geladen ist ja krass voll du mir sind zwei lagerfeuer nach wie ein kalt und so weiß aber nicht ob du da schon mit dem bereich bist zumindest grob voll dunkel hier die woher sagen die map ist ziemlich hell finde ich ja zum glück vier uhr minus ein gras ist okay mit meinen nippeln kann man gleich ein bisschen kristall schneiden big mama wusste das sofort bei mir das spiel kurz stehen geblieben ist ich habe auch manchmal so kleine mini lecks dass es so ganz kurz stehen bleibt aber big mama direkt und denkst es raus sie hat dass wir das mal eingespüren für sowas sie sind raus oder das ist schnecke links unten also da ja schnecki schneck wieso heißen die in schnecken das sind doch drachen das sind das sind in echt gibt sie doch auch das sind wasserschnecken man sagt doch nicht schnecken zu denen das sind schnecken schnecke nein ja doch nein reden wir über die drachen oder was andere dinge da unten das liegt ja die wasserdrachenschnecke da das ist eine schnecke glaubt ist glaubt nein in echt eine schnecke in klein ganz klein mini klein so finger zeigefinger kuppe extrem giftig aber ist jetzt noch kein bestätigten fall dass jemand jemals davon gedingst wurde aber das potenzial dass die dinge ein umbringen ist ziemlich hoch ja kampf geschafft was süß sind die jetzt wollte ich mir grad zu essen holen wenn ihr losfliegt ohne eure material ziehen dann müsst ihr warten ein baby viel mir hat er gerade gesagt ich habe einen sattel gelben wir kommen ist einfach aussieht es würde das dass das das luftschiff die flügel haben oh habt ihr zufällig was für essen für mich ja und für meinen petri nicht vorbereitet also so was bedenkt an die hand an die leiter dran lande anflug also bleib so bleib so hast du hast du hast meine klamotten in in du dann gehen wir mal hier und das an das feuer ich mach das mal den die helfe ich bin ich nicht mittel nulllos du kannst du mir auch gerne feile geben die die geklaut hast du die war in die wicher dodo elster ja ich finde ich bin ich nicht mit null los ja aber du hast keine bedäubung hatte ich nicht kriegst du gleich gleich so was er planen und das feuer ist weg du hast mir übrigens das vielleicht auch abgezogen ja 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 nicht drin aber der tote hat meine ganzen klamotten ja gelootet wo muss ich ich bin übrigens jetzt zu fuß oder der einzige der zu fuß ist meine was machen wir jetzt mit meinem schiff verstehen ich gehe nachher auf das schiff drauf und dann hüpfe ich dann mit dem schiff nach hause ist auch ein toller name so ich bin hierhin gegaut die kürzeste strecke darüber ich nehme mein boot mit über das schiff mit ich gehe dann da wenigstens in diese richtung weil darüber schwimmen habe ich jetzt keine lust also macht ihr mal mal eure reaktion schon und ich komme rüber ich sehe mein schiff auf dem grund des meeres ja ja das ist ein stück mit mit gefahren äh was ist eigentlich äh kim was ist eigentlich das problem bei dir gewesen warum kann ich nicht da oben also dass das lenkrad ich weiß nicht warum das lenkrad komplett ich fahre das lenkrad zeigt in die andere richtung ja was habt ihr mit meinem schiff gemacht wir haben es schon gemacht gar nicht das war so kex kann nicht fahren kex kann kein auto fahren kex kann vor allem kein luftschiff fahren ich bin irgendwie abgestiegen und runter gespürten sprung ich bin abgemontet worden bin einfach runter geschmissen worden ich bin hier unten kann man nicht bewegen ich habe keine ahnung was das war diesmal habe ich keine keine e gedrückt oder sowas ist einfach abgesprungen und einfach runtergefallen als ob da irgendwie eine barriere wäre dass ich das nicht durfte darf nicht du bist da du stehst da noch siehst du ich stehe immer noch da ist es ganz komisch ich bin da einfach runtergefallen nix droh das wissen wir sehen betreiben oder töten probiert gerade kapo 85 und so zu chat alles in ordnung wird nichts hunderter kapro 1 100er katz ich kann halt auch hier nichts machen ich kann es nur sachen aufheben also ich stehe doch bei euch oben noch dran ja das lenkrad abreißen ja und dann kann man es nicht mehr wieder dran setzen glaube nicht nur an dem an dem an der plattform glaube ich nur ich weiß es nicht kannst es ausprobieren ich bin ja nicht da ich bin ich bin unten ich bin raus geflogen okay ich bin nicht da gewesen ich habe sich gerade raus gekickt warum damit powder lenken kann 150er frosch an land ja klingt nach einem plan ich fange damit erstmal an das hier noch ein wenig braucht selber kein rallye point den hat beim stift gesetzt ja jetzt schläft er hier oben am schickstecke wenn ich was denn jetzt ich bin das doppelte lottchen ich bin ich jetzt gleich wieder auf dem boot ich bin wieder auf dem boot alles in ordnung ich glaube das boot dass die brotemort müssen glaube ich wieder rausnehmen petri allerdings war eben hier da müsst ihr immer noch sein irgendwo ja ich habe gerade gesehen so müssen wir den sakku in den schweiß links und die titan bohr ich mache hier ist der frosch so links so pennt hier ein dillofosaurus pink mal wo ihr gerade seid damit ich mit dem boot hinkomme ja hier ist alles so wie bewusstlos wenn du mein fliege beschützt dann bringe ich das boot nach hause aber ich muss ja auch irgendwie wieder zurück dann ach so du musst muss weg ich würde dann ich würde dann das boot nach hause fahren hier bei mir und dann wie kommst du wieder zurück irgendwie ich möchte ich mich nicht an das tier das ist doch ich stirb das ich komme nicht weg 90er frosch ne der linie an den frosch da okay abgefahrenes schwarz lila oder rosa da fährt es hin das boot wo der heck und hier ist wenn der level hat gerne leben aufdauer aber bevorzug aufdauern aufdauern gewicht was zugegeben nur sehr 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 selten wissen leben vielleicht weil wir hatten 900 leben also ja ich habe zu schießen nämlich nicht schon wenn das stoppt noch mal vertraut ihr da so lange kann auch von oxygen gekriegt weil kann ich hätte ein bisschen auch food gegangen und so damit er dann nachher wir trinken kann hier ist noch ein 95er frosch